Jeder Spieler hatte ein Motiv, nämlich dass Vita die Meisterschaft verliert. Und wenn man sie erst mal zum Reden gebracht hat, dann hörten sie nicht mehr auf. Ich bin als Klubsekretärin für die Mitglieder verantwortlich, aber wie soll ich neue Mitglieder finden, wenn niemand eine Chance hat zu gewinnen? Ich sollte Vita als Coach standen, aber er hat mich gefeuert, weil ich zu streng zu ihm war. Vielleicht kommt er jetzt, wo er seine Glücksmoment verloren hat, wieder zu mir angekrochen. Ich verruf's, ich verruf's, ich verruf's! Ich hab die Momin gestohlen! Er hat jemand gesagt, er ist der Stündige! Er war's! Macht euch alle töten! Ah! Tom begriff endlich, dass jeder im Raum die Tat zugab. Jeder! Bis auf die kleine Maus. Jetzt wurde es Zeit für Tafé ein paar Fragen zu beantworten. Meine Goldmummen! Jetzt galt es nur noch, das Gold einzusammeln. Ui, danke! Ich glaube, ein fehlt immer noch. Wir gehen jetzt nach Hause und rate, was du lutscht! Meine Eier! Und wieder ein Fall gelöst vom Katzen- und Mäusedetektiv. Unglücklicherweise war Tom durch den Fall vom Murmelfieber gepackt. Jep, ganz ohne zwei. Hallo, ich bin! F***! Hallo, ich bin! fit! Ich bin! Ich bin! Vielen Dank.